Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu DIY Inspiration und herzlich willkommen wieder zu einem super süßen Haul Video. Ich war nämlich bei Action und habe ein bisschen eingekauft. Und zwar gibt es Diamond Painting und zwar Diamond Painting für 99 Cent. Ich habe vier Stück davon mitgenommen. Ist ein bisschen unterschiedlich. Auf der einen Seite habe ich hier Schlüsselanhänger mit Prinzessin und beziehungsweise ist da einer drin oder mehrere? Muss ich gleich mal gucken. Ich glaube, es ist tatsächlich doch nur einer. Ich dachte, es wären mehrere. Auf jeden Fall ein Schlüsselanhänger und dann habe ich hier so kleine Bilderrahmen mit einem Einhorn, einer Ananas und einem Alpaka. Mega, mega süß. Die Hintergründe sind jeweils auch bedruckt. Also es sind nicht so viele Steinchen, die es da tatsächlich zu kleben gibt. Also wirklich so was Süßes, Kleines zwischendurch. Finde ich richtig, richtig niedlich. Wird auf jeden Fall in diesem Video auch noch getestet. Aber ich mache es jetzt als erstes einmal auf und wir schauen uns das einmal zusammen an. Ich schneide hier einmal die Packung kurz auf. Ist zugeklebt oben. Und wir schauen rein, ob wir hier tatsächlich ein oder mehrere drin haben. Steinchen super, super schön glitzernd. Hier mit einem pinken Schiffchen. Mag ich auch immer gerne, wenn das Ganze so farbig passend gemacht ist dazu. Und wir haben hier tatsächlich drei Prinzessinnen drauf. Das Ganze auch nur von einer Seite bedruckt. Und ja, übersichtlich, wie viel Steinchen man dazu kleben hat. Also viele sind es nicht. Dafür ganz schön viele Farben dabei. Sechs Stück und sehr, sehr schön glitzernd auf jeden Fall. So, kommt jetzt erstmal wieder gut in die Packung zurück. Wir schauen einmal hier oben mit so einem Schlüsselring tatsächlich dran. Und das Schiffchen auch mit rein. So, Nummer eins. Und jetzt wird es tatsächlich spannend, wie diese kleinen Bilderrahmen aussehen. Ich habe das hier hinten auch einmal mit so einem kleinen Klebestückchen drauf. Mal gucken, ob ich das so abbekomme. Ja, das sieht ganz gut aus. So. Lässt sich so öffnen. Und dann schauen wir einmal. Oh, okay. Das lässt sich dann hier hinten so zuspannen. Und es ist tatsächlich so eine ganz kleine Leinwand, die dann eingespannt wird. Bin ich gespannt, ob das gut funktioniert. Ähm, das könnte ein bisschen schwierig werden. Mal gucken, wie das sich von der Größe so gestaltet. Es ist knapp. Es ist definitiv knapp. Aber richtig, richtig niedlich hier mit den Farben. Hier auch die Farben, die dabei sind. Oh, das sind auch viele. Sieben Stück. Denkt man immer gar nicht. Ich gebe es einmal wieder rein. Ähm, dieses Diamond Painting übrigens auch mit dem klassischen grünen Schiffchen hier. Und ab sechs Jahren steht auf diesem drauf. Sind auch ein paar mehr Steinchen zu kleben. Bei dem anderen war es ab drei Jahren. So, jetzt träge ich das da alles wieder rein. War auf jeden Fall gut kompakt eingepackt. Kommt einmal zur Seite. Ich schaue auch hier einmal kurz rein. Hier sind es definitiv weniger Farben. Gelb, weiß, schwarz und grün. Ging tatsächlich besser ohne Schere. Haben wir hier dann einmal. Super süß. Ich glaube, das mache ich auch. Ich glaube, das werde ich euch hier im Video zeigen. Das lasse ich dann auch direkt einmal draußen. Hier mit dem Schiffchen auch. Und hier haben wir dann nochmal das Alpaka. Ich mache es auch einmal auf. Schauen wir auch einmal rein. So, offen ist es. Und wir schauen da auch einmal. Hier habe ich die Farben. Sind sogar noch mehr. Das sind neun. Neun Farben. Also richtig, richtig viel dabei. Hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht bei dem Alpaka. Es wirkt gar nicht so, als ob es so viele Farben hätte. Hier nehme ich es dann einmal raus. Oh, ist auch richtig süß. Süßes Alpaka. Und wieder rein damit. Die Farben packe ich hier auch einmal wieder an den Rand mit dazu. Wirklich sehr schön kompakt verpackt. Sehr schön viel Material dabei. Und ja, wie gesagt, ich werde das hier schon mal draußen lassen. Das mache ich im Video auf jeden Fall noch. Und dann zeige ich euch jetzt noch, was ich sonst noch gekauft habe. Es gibt noch mehr Diamond Painting. Ich habe hier ein XL Dot Diamond Painting mitgenommen. 30x40 cm war wieder ein größeres. Aber richtig, richtig süß mit dem Einhorn. Und ich sehe gerade Real Size XL Diamonds. Es ist tatsächlich mit größeren Steinen, als man es kennt. Hier hinten ist es einmal drauf gedruckt mit den Farben. 19 Stück dabei. Ich gucke gerade mal. Hier oben geht es vielleicht einfacher zu öffnen. Dann gucken wir uns das doch mal an, wie das mit den Steinen tatsächlich aussieht. Weil da bin ich natürlich direkt gespannt. Das lässt sich natürlich auch viel schneller machen. Also Leute, guckt euch mal diese großen Steine an. Und es sind auch richtig, richtig viele. Also wir haben hier mehrere Tüten pro Farbe. Sehr cool. Und dann hole ich den Vordruck auch einmal raus. Es ist wirklich einfach XL Diamond Painting. Also das habe ich so auch noch nie gesehen. Sehr, sehr cool. Hier tatsächlich der Applikator. Gleiche Größe. Steinchen auch, also beziehungsweise die Rillen hier, auch die gleiche Größe. Da bin ich gespannt, ob das funktioniert. Könnte ich, werde ich, ich teste es einfach einmal kurz. Es wird in diesem Video auf jeden Fall auch noch kurz angetestet. Ich lege es trotzdem einmal kurz in die Packung zurück. Da machen wir definitiv noch einen Test. Hier ist auch nochmal das Aufgemarkert. Ich finde das Motiv auch super schön. Ist richtig schön strahlend. Aber eben ein bisschen pixeliger als normale Diamond Painting, weil es eben ein bisschen gröber ist. So, kommt einmal zur Seite. Und dann habe ich noch was mitgebracht. Und zwar Blumenbands. Es gab Blumenbands und ich konnte sie einfach nicht da lassen. Ich musste sie mitnehmen. Wer sie noch nicht kennt, beziehungsweise den Trend das letzte Mal noch nicht mitgemacht hat, Das sind super süße Armbänder, die man da mitmachen kann. Richtig niedlich. Ich habe hier einmal so ein blaues Pack. Hier ist auch so ein kleiner Spannbogen mit drauf. Also so ein kleiner, so ein kleiner Lumen tatsächlich, wo man die mitmachen kann. Das Ganze funktioniert immer so, dass man den ersten kreuzt. So, dann nimmt man sich den nächsten, packt den oben drüber und noch einen dritten, am besten in einer anderen Farbe. Und nimmt sich dann dieses kleine Häkchen, was dabei ist und hebt den ersten nach oben hoch. Und vertüddelt die dann nicht, wie es gerade hier bei mir passiert ist. Der blaue war unter dem grünen. So, da haben wir es. Und schnappt sich dann das nächste Lumenband. Und geht dann wieder hier rein, nimmt wieder den untersten und legt ihn wieder nach oben hoch. Und das eben so lange, bis man die Länge hat für ein Armband. Super süß. Habe ich lange nicht gesehen. Wie gesagt, musst du unbedingt mit. Mal gucken, ob ich damit noch was zeigen werde. Wenn ihr Lust drauf habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, ob das als Sommertrend dieses Jahr wiederkommt. Also ich war ein bisschen überrascht, das zu sehen. Das glaube ich jetzt zehn Jahre her oder so mit den Lumenbands. Kommt alles einmal wieder rein. Auch ein süßer kleiner Kasten. Die waren sonst auch durchaus viermal so groß. Hier einmal also in blau. Und dann haben wir das Ganze hier. Deswegen habe ich auch beide mitgenommen. Um alle Farben dann noch einmal zu haben. Haben wir das Ganze in gelb bis pink. Also das ist dann einmal so die gesamte Farbpalette dabei. Das Ganze dann immer abgewählt, selbst mit weiß. So, das sind die Lumenbands. Die habe ich auch dabei. Also Lumenbands Vorrat ist aufgefüllt. Und ich würde sagen, ich teste jetzt als erstes. Ich bin so gespannt darauf. Ich teste jetzt dieses XL Diamond Painting, Leute. So, hier ist es. Hier ist das Material dazu. Und ich mache es ganz vorsichtig auf. Ich werde auch erst mal nur ein paar Steinchen machen. Ich möchte ja auch noch im Video. Was haben wir denn hier außen liegen? Wo können wir denn gut damit anfangen hier? Da. Da. Jetzt habe ich doch alles rausgeholt. So. Welche Farbe haben wir denn hier außen? Ich schnappe mir mal so einen dunklen, dunklen, ähm, Petrol-Ton. Beziehungsweise dunkles Türkis ist es eher. So. Rausgeschnitten. Dann lege ich die ganzen anderen Steinchen mal wieder hier in die Hülle zurück. Oder ich mache es später. Und dann haben wir ja hier das ganz klassische Schiffchen dabei. Und da bin ich gespannt, ob der Stift das von der Größe her aufnehmen kann. Erstmal öffnen. Drauf. Ich gucke mal. Ich gebe hier einfach mal in dieses Tütchen, was ich hier dabei habe, die restlichen Steine mit rein. Gehen die auch nicht verloren. Und ich schaue mal. Ja. Also sie legen sich hier jetzt nicht so perfekt rein. Normalerweise sind diese Rillen ja genau darauf geeicht, dass man eben die Steinchen da reinlegen kann. Und dann kann man eben auch mehrere nebeneinander aufnehmen und so. Das ist einfach, ja, das Ziel des Ganzen. Beziehungsweise ist es halt so designt. Und hier haben wir den Effekt jetzt nicht. Ich hatte das schon öfter so weit größeren Steinchen, wenn dann so große Effektsteine oder so mit dabei sind. Und wir gucken mal. Ah, okay. Es funktioniert. Die Steine sind nicht so schwer, um hier aufgenommen zu werden. Also man muss wirklich den Winkel genau richtig treffen, dass es hier gut andockt. Aber das geht. Oh, nein. Und da fällt mir das Schiffchen wieder um. Warum passiert mir das immer? Warum, 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 warum? So. Die liegen jetzt auf dem Tisch. Dann nehme ich sie halt von da. Man bekommt hier tatsächlich einen sehr großen Abschnitt sehr schnell fertig, weil die Steine eben so groß sind. Ich finde auch, das Bild ist ganz gut darauf abgepasst. Das sieht auch schön aus, wenn es so pixelig ist. Es gibt das ja häufig auch bei so bei Diamond Paintings, die dann schon nicht mehr schön aussehen, weil sie so pixelig sind. Die dann irgendwie kleiner sind oder so. So, hier, das geht. Das geht gut klar. Und das geht hier auch mit den Steinchen. Also meine Befürchtung hat sich nicht bestätigt, dass das nicht funktioniert. Sehr cool. Wenn ihr gerne noch ein Video dazu sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare, wie ich das Ganze komplett fertig mache. Mal gucken. Wird wahrscheinlich noch ein paar Stunden dauern. Ich habe die Steinchen erstmal hier reingepackt und wir gehen jetzt zu Ananas. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und hier bin ich jetzt wieder mit dem Update. Ihr seht, das kleine Diamond Painting ist fertig. Ging relativ schnell. Ist super süß geworden. Und jetzt gucke ich natürlich mal, wie das hier in den Rahmen hineinpasst. So, die Leimwand ist wirklich sehr knapp zugeschnitten. Aber es passt genau rein. Also es sollte gehen. Jetzt muss ich das natürlich hier schön reinlegen. Passend in die Position. Und dann kommt hier die Platte drauf und wird eingeklemmt. So. Und fertig. Und es hat tatsächlich auch gut geklappt. Also es steht hier nichts über oder man sieht hier nichts von dem Weiß noch durchscheinen. Sehr, sehr süß. Hier ist so eine kleine Öffnung für den Nagel zum Aufhängen. Richtig, richtig, richtig niedlich. Und ich muss sagen, ich finde den Haul sehr, sehr cool. Ich hoffe, es hat euch auch wieder gefallen und Spaß gemacht. Schreibt gerne was Nettes unten in die Kommentare. Und lasst einen Daumen nach oben da. Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei DIY Inspiration. Bis dann. Tschüss.